Herzlich willkommen, Leute, zu Minecraft with him with Shigo. Hallo. Building-Folge heute. Das heißt, nix magisches machen. Erst mal im Winter aufräumen. Eieieiei. Aber ich bin schon gut weitergekommen. Ich hab ja für den Zauberspruch letztes Mal fast alles fertig gekriegt. Oder alles? Nee, oder? Ich weiß gar nicht. Sieht ziemlich gut aus. Was ist das Ziel? Achso, irgendwas fehlt dir noch, oder nicht? Ähm, ja, irgendwas. Ja genau, die Topping-Blöcke für mein Altar, die fehlen noch, weil... Ohne die kann ich jetzt aber schon mal nicht machen. Ich hab noch Eisen und so. Das ist gut, wie gesagt, ich brauch fünf Blöcke. Okay, so. Kriegen wir jetzt mittlerweile so einen magischen Baum zusammen? Inwiefern? Äh, dass ich den pflanzen kann. Den mit den bunten Blättern. Ähm, nee, ich hab nur einen Setzling. Also das ist der Baum, den die Magie auch mal nutzen. Mhm. Ich weiß nicht, ob einer reicht. Das kann ich nicht sagen. Nee, Mammutbaum. Vier Stück. Vier? Du? Ja. Ja. Okay, das ist wenig. Oh, kein Setzling, schade. Den krieg ich, äh, wo wächst der in der Nähe? Ist das der hinter uns? Der Wald? Haben wir den auch in der Nähe? Ja, ja, über uns. Über uns. Über uns und links, neben uns. Guck mal ganz kurz bei mir. Bekarte, hier? Nee, nee, da drüber. Hier. Genau, das ist der bunte Wald. Deswegen guck mal, da hab ich nämlich auch gesagt, dass der Regenbogen aufgestellt ist, weil das sind so Streifen. Bunte Streifen. Ja, aber dann ist er ja auch nur, ähm, eigentlich will ja den bunten Baum mit allen Blättern. Ja. Ist doch da, massenweise. So. Hup. Okay. Ich war dabei, meine Hexenlaunch einzurichten. Was ist denn hier passiert? Ach, dir mal ein Baum gefällt. Loftwoodwood. Mhm. Welche Farbe hat das später? Was weiß ich. So, aber hier ist meine Tanne. Ich hoffe, der braucht wirklich nur einen 4x4-Setzling. Hoffe ich auch. Aber egal, Holz brauche ich ja eh. Ich brauche jetzt mal Cobblestone. Das ist unfassbar. Ich habe einfach keinen Cobblestone. Wenn ich den Baum hier komplett abgefällt habe, dann fallen die Blätter auch runter, oder? Sollte es sein, ja. Jetzt darf ich nicht abholen, oder? Doch, nur nicht gezielt Farbe. Okay. Ich hoffe, da kommen ordentlich Setztlinge raus. Aber ich glaube, ich komme mal eben zu, die macht das auch, weil ich brauche auch noch ein bisschen Blastolin, so. Und das kommt ja automatisch raus, wenn die Blätter abfallen. Da kriegst du ja Farbe ohne Ende. Dir fällt Lapis raus? Alles an Farbe, was es gibt. Alle möglichen Arten. Auch Kaktusgrün und so'n Scheiße. Und Lapis ist ja auch nur Farbe. Du brauchst zwei Eisenexte, um den abzubauen. Okay. Ich habe nicht noch so viel Eisen. Ich habe... Ah. Ich habe ein bisschen Stein mit dem. Ah ne, ich habe ja keine Cobblestone. Doch jetzt schon. Ha. Wie ist denn hier ein Schwein reingekommen? Hallo. Wie auch ist denn der Baum? Das ist ja unglaublich. Hörst du mich noch? Ja. Ich musste nur eben meinen Schnecken... Er fällt auseinander. Schnecken. Boah, ich werd bombardiert mit Items. Das sind Farben, ganz viele Farben. Wie baut der sich jetzt ab? Ich hoffe komplett. Wenn nicht noch irgendwo einen Baum steckt, dann sollte er das tun, ja? Water Artichoke Seeds. Das ist grün Zeugs. So, lasst mich durch. Ich bin Arzt. Kann sein, dass er nur Oakwood-Zapling gedroppt? Eigentlich nicht. Ich seh jetzt hier keine Zepplinge. Oh Gott. So viel buntes Zeug. Bist du hier? Dann soll ich jetzt einfach mal auf so... Ach, das sind alles unterschiedliche Farben, ne? Aber... Mhm. Ne, Oak-Zaplings hab ich nur. Ich hab einen bunten Zeugling zuhause liegen. Brauch ich ihn hier nicht. Hm. Light Blue. Ich hab doch hier ein Rainbow-Zapling. Hast du den Baum hier vorne nicht abgebaut? Das brauchst du nicht, oder? Ne. Dann baue ich den zu Ende ab, weil hier kam nämlich schon ein Rainbow-Zapling raus. Ist das schon zwei? Oh Gott. Hier oben liegen die Items. Oh Gott. Wie sieht der Zeppling wohl aus? Der ist... Das ist wie so ein Oak-Zapling, dass der kunterbunt ist. Das hier sieht so aus wie einer. So, da regnet's Farben. Hahaha. Da, ein Rainbow-Zapling hab ich. Hier krieg ich bestimmt auch noch einen raus, oder zwei. War auch leider nur einer. Mhm. Oh Gott. Wie viel Verzweigung hat der denn? Der Kakao. Ich find der krass, wie viel Farbe da rauskommt. Ja. Unendlich viel quasi. Wozu braucht man die Farbe nochmal? Ich brauch zum Beispiel die Farbe, um meine Runen zu färben. die ich für die Zaubersprüche brauch zum Craften. Ist Tinte selten? Ne mit. Also ich brauch vor allem Tinte, also Ink-Sax, Lapislazuli, rote Farbe, gelbe Farbe, grüne Farbe und lila Farbe. Und weiß ist immer gut für Bone-Meal-Ersatz. Ich hab jetzt einen zweiten Zapling, haben wir da mit einem Baum zusammen? Mhm. Kannst du zu mir kommen und eben den Rest looten? Du musst nur looten. Ja, ja. Ich muss äh... Oh Gott. Oh Gott. Haha. Guckt euch das an. Hahaha. Hahaha. Was denn? Hier liegen tausende von Farben auf dem Boden. Ja, ja. Das meine ich ja. Du kannst bei mir auch einfach aufgeben. Ja, gleich. Ich muss erstmal mein Zeug hier einsammeln. Mhm. Wie das aussieht, ey. Krass. Die ganzen goldenen Äpfel da inzwischen. Einen Timer hast du, ne? Ja. So. Einmal goldene Äpfel aufsaugen. Dann Kaktusgrün. Das brauch ich nicht. Zyren. Scheiß. Brauchte keiner. Pink auch nicht. Holz. Light Grey. Braucht auch keiner. Purple. Ja. Hier ist nur rot. Äh... Grey. Gelb. Habe ich eigentlich... So, wo bist du? Ah, da hinten. Ich seh dich. Lebe unten alles auf und dann kommt kurz hoch gesprungen. Alles ist gut. Ich wäre wahrscheinlich als... Au. Hier war ein Loch. Hm. Oh, sah. Geht ja hier. Ja, guck lieber... Ich hab ja auch schon vieles im Inventar. Komm hoch. Da hast du viele Items. Mhm. Ganz viel Lappes. Lappes ist gut, weil Lappes brauch ich zum... Also, jetzt nicht mehr zum Färben, aber zum... Zauber Sprüche bauen. Pass mal, ist das Zeppling runtergefallen. Hallo. Lootest du grad oben? Mhm. Okay, ich geh ja mal zurück, ja? Ja. Ich baue den Baum mit zu Ende ab. So. Naja, der hängt nur an dem anderen Baum, deswegen baut der sich nicht ab. Nein, hier ist noch Holz drin. Zack. Einmal da. Der hat ja noch so quer streben, weißt du. Deswegen... Ah. So, oh. Da fällt er auseinander. Oh Gott. Farbexplosion. Und ja, ein bisschen hängen tut er wirklich. Mein Gott. So viel Farbe. Hallo, Mr. Schwein. Jetzt zerfalle. Was ist denn los? Oh. 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 Will der Baum mich verarschen? Ich hab 15 goldene Äpfel hier rausgekriegen. Das Haus ist unsymmetrisch. Deins? Ja, der Kasten. Das ist ärgerlich. Hallo, Sir. Jawoll. Ah, jetzt hab ich das Bone Meal nicht mitgenommen. Soll ich die mitbringen? Ja, sonst kann ich den Baum ja nicht wachsen lassen, glaub ich. Oder wächst der anders? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, okay, ich habe White Dye und ich hab Bone Meal. Mein Gott, ey, ist ja schlimm hier, echt. Und weil ich jetzt so fleißig war, neck ich mir was. So, meine Freunde. Um sich hin. Dahin. So. Oh Gott. Hm? Oh. Da ist er gewachsen, würde ich sagen. Ja. Jetzt kann ich die Stadt nicht mal von oben betrachten. Ist das nicht toll? Schicker Pinockel. Guten Tag. Muss ich ihn erstmal wieder abbauen. Also alles außer die 4-4-Standard-Dinger. Boah, der geht sogar bis in den Boden, ey. Krass. Wie, der geht bis in den Boden? Ja, hier. Also. Ja, der hat die Erde auch gedingenst. Echt? Ja. Oh, dann geht da wirklich ziemlich... Oh, krass. So, hier soll meine Farbe loswerden hier, bevor ich auf den Boden knall. Hilfst du mir kurz? Ähm, ja. Wie denn? Wo denn? So, dass nur der normale 4-4-Stamm da ist. Okay. Der 2-2er. Oh. Die Erde weg. Na toll. Ich hab keine Schaufel. No. Also wirklich nur noch der Stamm, nichts anderes. Ja. Ich hoffe, er hat nichts kaputt gemacht von meiner Wasserwand oder so. Nö, da ist alles gut. So weit kam er ja gar nicht. Doch. Ah. Ne, ich hab Gottseidank ein bisschen Abstand gelassen. Ne, doch hat er kaputt gemacht, oder? Hier? Oh, da. Oh, äh. Keine Ahnung. Ne, ne. Ist richtig. Okay. Ganz knapp. Den einen Block da noch. So, danke. Ich geh dann mal. Tschüss. Ich schweb davon. Hui. Hui. Eilige Baum ist das. Oh Gott. Fällt der auseinander? Eigentlich nicht. Wieso? Das sah gerade so aus, als wenn da was abgefallen wäre. Der Baum bröckelt. Nein. So, ich hab jetzt Farbe für den Rest meines Lebens. Wunderbar. Und goldene Äpfel auch. Und Äpfel auch. Krasser Shit. So. Und weil ich gerade im Baum-Jahr-Klaune bin, geh ich noch ein paar Switch-Witch-Witch holen, weil ich das Holz so schön finde und damit bauen möchte. Zwinker, zwinker. Ich helfe dir auch noch. Wo ist der überhaupt? Oh Gott, war der noch gleich? Ach ja, Richtung Portale. Portale, Portale, da. So viele Fahnen denn das hier? Es ist der Wahnsinn. Voll die Invasion. Die sind Titan? Wie lange haben wir noch Zeit? Ähm, ach ja. Ähm, noch zwei Minuten. Na? Oh Gott. Huuui. Oh wow. Das ist krass. Bäm, auch krass. Was denn? Ähm, wenn man den großen Liebzauerspruch benutzt und dann sprintet und springt, dann fliegt man vollfett nach vorne, ey. Bäm. 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 Ah, siehst du, affected enhancer. Ach Gott. So. So. Bzwälasen, oder was? Ähm, ja, Moment. Ich muss hier einfach raufkommen. Ach krass verdrief. Hei. Hm, geht doch. Juhu. Äh, äh, rass. Mhm, bzwah. Wir haben ja noch einen. Ja. Dann würde ich sagen, schau mal in der Lookat vorbei und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.